Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part, Let's Play, The Sky 5 Alliance of Vengeance, ich bin es, euer MC Maffix. Beim letzten Mal haben wir uns in dem netten Killer getroffen. Er hat die Seraphine gerettet vor den Truppen von Wojtark und daraufhin hat sie ihn zu seinem Sklaven der Liebe gemacht. Und ja, wir haben beim letzten Mal unseren ersten Kampf gewonnen und das ist nicht schlicht. So, wir haben das allererst mal gemacht, ja, komm, da können wir uns freuen, ja, wir haben es geschafft, man. So, das gibt mal, weil wir freuen uns einfach, dass wir gewonnen haben, dass wir ganz viel Zeug erhalten. Wir haben hier sogar eine Zeremonie. Okay, das ist eine Zeremonie ihrer Schönheit. Der wichtigste Spieler, okay, das ist interessant. Der Charakter, der die meisten zu erfüllen, die Bonus-Gauch, ist hier gewonnen. Prädi ist auf Platz 2. Er wird mit Bonus-Exp und Mana für ihre Effizien. It's a shortcut to getting strong. I'll keep the strategy for filling the Bonus-Gauch in my mind. Also, Seraphine war uns in der Mainz, Cassius Slender war uns in der Nr. 2 und Nr. 3 ist Kylian. Kylian, nicht so gut. Er ist nur die Nr. 3 von unserem Dämonen-Loren hier enttäuschend. So, unseren ersten Kampf haben wir geschafft. Damit können wir froh sein, speichern nun und sind zurück. Kylian, you can now use the recruited dude. Sorry, the preparation took longer than a fourth. At the recruiter, you can recruit personnel that suit your requirements. If you feel understaffed, come to me. What great timing, Sir Kylian. Let's take our tour. You can never have too many servants. Okay, da bin ich gespannt. Da gehen wir gleich mal hin. Ja, dieses merkwürdige Planeten-Ding. Gefällt mir irgendwie. So. Oh, eine Kiste. Meine Kiste. Was ist denn hier? Hier liegt doch irgendwo. Okay, hier liegt nicht. So, gehen wir hier mal zu Matilda. Hier, hier. You can recruit personnel from the netherworld. You, um, meet your requirements from here. So. What should I do to get more new servants? If you want to increase the number of characters, select the top option, higher character. You will need angel to recruit them. But you'll give your first time for free. My. How lucky of me. Sir Kylian. Let's rank recruiting. So. Hi, character. As well, can you see a character also? First, select the class that you'd like to recruit. My. Their variety is smaller than I thought. Why can't I just recruit a strong dragon? If you haven't earned the trust of their class, then they won't be let you recruit them. Eventually, your classes will support you. If you solve the quest, they submit. Or, if you get famous from the fight in the lost. Let me briefly talk about the different classes. First, the warrior Valkyrie. The duty is to fight in the front lines. Warriors use their endurance for close combat. The female, unlike the male, has high speed and speed illnesses in hit and run. She's also good with a bow. Next, the Magican witch. They use magic from a distance. If you use the magic, the enemy's weaker. Expect high damage. The Magican has stronger magic. So he is useful for fighting strong enemies. Also, he burned through SP quicker. So don't use too much magic and run out of SP before the boss arrives. The witch lacks magical power. But she uses SP for more efficiency. So, she can use magic non-stop. Some demons are ridiculously strong against physical attacks. So you want to make magic use in a party for sure. Next, the monks. They are experts with fists. They mainly fight by attacking the enemy's attack and counter-attacking. The males aim for strong counter-attacks. While the females are speedy and await attacks for truly offensive style. Next, the clergy and cleric. Ah, they're healers. Their combat abilities are weak. But they have their ki and reeling healing at the alleys. I wouldn't want to fight in a party that doesn't have any healers. The mace pacifies support magic. In addition to healing, they can carry elements while they heal. The females have really strong healing abilities. When they're fighting a strong enemy, she will be a great help. Also, as they level up, they learn the all-inclusive curing spell, Espoa, which will be a great help. Elements are basically incurred by use of the spell or the item Fairy Dust. Next, you should learn it as soon as possible. Next, the mate. She is specialised in using items. She can use items on top of doing other actions. So, she serves many roles. This is in some beauty. Cool. Also, she can use the attack item Fairy Knife and then attack after that. Lastly, the pretty. Monster characters like pretty aren't different than human beings. The biggest characteristic of monsters is that they can use the Magi Change command to become a humanity weapon. The type of weapon they become through magic... Magi... Magi Change. This isn't a weird word. Magi Change depends on the monster race. So, make sure the weapon suits the ally. That's for the introduction. I said a lot. But if you have a Magi and Witch and a Cleric, you're fine for now. Genau, that's is nämlich the plan. Then, we'll take the healer. I would say, we'll take a healer first here. So. So, Clergy, Cleric. These are both... Achso, these are both weibling. Hier fällt mir gerade auf. Nehmen wir hier. Cordelia. Can you really find someone who meets everything we're looking for? Name? Yeah, okay, komm. Ich will einen Namen geben. Nein, jetzt komm, lass mich hier einen Namen geben. So. Also, wie nennen wir sie? Wie nennen sie Lucy? Einfach, weil wir... Einfach, weil wir Fairytale-Fan sind. Gut. Lucy, Lucy, Lucy. Gut. Weil... Es passt. Es passt. Ja, ich finde, es passt. So. Gut. Lucy. Sie ist auch blond. Das passt ja wie aufs Auge. So. Icon. Achso, wir können hier meinen Schuh geben. Super. So. Hä? Habe ich sie jetzt gekauft oder nicht? Hey, warum erklärst du mir das jetzt nochmal? Habe ich sie jetzt gekauft? Ich habe sie nicht geholt, oder? Jetzt erklärt bitte was alles. Nein. Ich will jetzt meine Lucy haben. So. Nervt mich nicht. Lucy. So. Y. Wo ist das Y? Da ist das Y. Icon brauche ich nicht. Confirm. Achso. Confirm. Okay. Next. Select. The capability. The better the capability, the stronger the demons will be. But it costs you. But it's free this time, right? Yes. But you can only select between good for nothing and incompetent. My. How cheap of you. Voll die Abzocke irgendwie. Ja. Dann würde ich sagen. Minus 5 bonus. Geil. Dann würde ich sagen. Nehmen wir doch lieber das. Next. The stats of the demon you want to record. Even if they have the same class. If one has a higher capability. Then the stats will be higher than the average. If the class provides itself for their strength. You can ask for one with even more strength. Or maybe with stamina. On the other hand. Low-capitality monsters have. May have lower stats than usual. It all depends on the class. They are truly helpless. So. Bei ihr lohnt sich natürlich hier. SP. There are still points remaining. Achso. Hier. Genau. Das will ich mal. Ja. Okay. Einen Punkt. Ja. 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 Das ist Level 9999. 9 Million würde ich hier sagen. It's free after all. There is a limit to what you can select. If you want to recruit a higher level demon. You have to be equally strong. So. If I want to hire a strong demon. I have to get stronger. Voll scheiße man. Can I really find it. Also ganz ehrlich. I think Seraphine is totally sympathisch. I would also like to have a demon on level 9999. I don't see any gold. Next. Select the personality of a demon. You want to recruit. This will not affect us dead. So choose whatever you like. In that case I want someone who is loyal, smart, efficient, works out, doesn't complain and will walk for free. It's impossible dude. So. Was haben wir? Pregnant. Pregnant Healer. Eine schwangere Heilerin. Ja. Du bist eine schwangere Heilerin. Entfallen. Okay. Die Kleinen. So. Gruft. Grufti. Wir bleiben beim Blonden. Ich finde das passt. Eine schwangere Heilerin. Das gefällt mir. So. Okay. Ja, ja, ja. So. Gott. Are you schon? Ja. Lucy. So. Meine Interimente sind die Interimente. Okay. Focus first. So. Aber darf ich mir jetzt noch einen kaufen? Achso. Oh. Ich muss den erst noch aussetzen. Aber kann ich mir noch einen holen? Ich würde mir nämlich jetzt noch ganz gerne hier einen Magier holen. Das ist ein Magier. Ne. Ne. Da holen wir uns lieber einen Magier. Blake. Wie nennen wir uns den Magier? Ich nenne ihn Blue Boy. Ich benenne alle meine Sachen aus Sachen, die ich gerade irgendwie lese oder höre oder was auch immer. Ich weiß nicht. Irgendwer nennt er mich an Blue Boy aus. Fables hier. Sehr sympathisch. Leider nicht so eine schöne Geschichte. So. Um ihn rum meine ich. Natürlich eine Fable ist natürlich das Beste überhaupt, was es gerade gibt. Aber ich meine, er hat einen traurigen Geschick gesagt. Egal Leute. Lest Fables, Fables ist das gut. Und deswegen bin ich mein Blue Boy. So. Skillt 1280. Können wir uns sogar leisten. Mach mal. Mach mal echt. Sp, 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 Sp. Ist erstmal natürlich das Wichtigste von. Ich weiß nicht. Attack. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Intelligenz machen wir hier lieber noch eins. So. Zwei. Feuer. Eis. Mach mal Feuer. Feuer ist immer gut. Synos no Vizcal. Brave no Vizcal. Taktik hier. Ich würde sagen, wir machen den taktischen hier. Und dann noch die Farbe. Blau wäre cool. Aber Blau gibt es nicht. Dann ist er Pink Boy. Pink Boy. So. Okay. Zack. Wählen wir den auch noch. Blau blau. Has been rooted. So. Okay. Gut. Characters. Jetzt muss ich noch. Oh. Muss ich jetzt. Muss ich eigentlich die heilen? Ich weiß es nämlich nicht. Ob ich die jetzt immer heilen muss, wenn ich einmal gekämpft habe. So. Habe ich überhaupt was für sie zum Ausrüsten? Eher nicht, oder? Eher nicht. Muss ich gleich mir was kaufen? So. Erstmal wo ist das Krankhaus? Irgendwo anders, oder? Equipment. So. Das ist erstmal wichtig. Ja, wenn ich muss kaufen. So. Wer kann das tragen? Habe ich irgendeine Anzeige, wer das tragen kann? Nicht, oder? Sehr cool. Also ich kaufe mir jetzt und hoffe, dass es funktioniert. Ach. Ich kaufe mir jetzt einfach mal eins. Kaufe mir mal zwei. Und dann gehen wir hier mal eine Charakterauswahl. Zarkilia. Zarkilia. So. Oh, verdammt. Dann. Sollte ich ja erstmal hier schauen. So. Bevor ich jetzt hier Valus kaufe. So. Lucy. Erstmal wählen wir hier Blue Boy aus. Okay. Ausrüstung. Nichts anderes mehr ausrüsten. So. Dann lassen wir das auch erstmal so ab. Jetzt muss ich nochmal kurz zur Klinik gehen. Wenn ich die jetzt nochmal finde. Hui. So. Jane. Die sehen alle so grusig aus. So. Wie wollen diese Zombie hier? Weiber. So. Mag keine Zombieweiber. Gut. Die Hüpferanimation gefällt mir so gut. Quests. Kümmern uns auch mal drum. Ähm. Skills. Ich suche nur ganz kurz das Krankenhaus, wenn es möglich wäre. Das wäre echt super cool. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Memories. So. Die Musik, die im Hintergrund läuft, fällt mir gerade auf. Ist richtig schön. Ich finde es trotzdem nicht. Ach Leute, es ist ein Prini. Was interessiert mich ein Prini? So. Was interessiert mich das? Dater? Ah ja, kann ich speichern. Wahrscheinlich, ja. Ne, ne. Brauche ich erstmal nicht. Apropos speichern, aber kann man trotzdem mal machen. So. Jetzt haben wir fast den ganzen Part hier nur verquatscht. So. Voll schlecht. So. Aber unsere Party ist jetzt tausendmal so stark, wie wir doch beim letzten Mal. Mindestens, mindestens tausendmal stärker. Dann können wir weiter eigentlich. Weil ich finde jetzt halt das dumme Krankenhaus nicht. Geh mir aus dem Weg. Prätenzio hier. Gott. Oder wollen wir hier nochmal zum Quest hier gehen? Der Quest Shop. Naja, okay. Sind auch keine Quests da. Ah, hier ist das Krankenhaus. So. Get treated. Zwei. Ey, jetzt können wir nicht ersparen können. Gut. Dann sind wir jetzt fertig und gehen jetzt hier zum nächsten Dimension. Bin gespannt, wo es hingeht als nächstes. Oh. Schauen wir uns mal um. Da-da-da-da-da-world. Bloodpros. Oh Leute, ihr seht hier die monumentale Schlacht im Hintergrund. Und dann hier Schubert Wein. Der G-Man. Juhu. Ich bin so tired of waiting. Ihr lost, Bastards. Lost. No, wir... So, have you come to take the head of me? The Overlord of Bloodpart, Logan! You overwhelm me with numbers in the previous battle, but it's not gonna be that easy for you this time. Even though I've gotten long in the tooth, and I'm wounded all over, I was once the fear-throwing Overlord, and I'm still sharp. Lift and throw. Lift and throw. Lift and then throw. How is that? I've reached my limit, brother. He's out of breath before the battle even start. Looks like this is all a big misunderstanding, but I doubt he's gonna let us leave without a fight. Oh, Sir Killia, you're eating again? Acting so casual before fighting an Overlord? Now that is my Sir Killia for you. This is a great opportunity. I'll teach you all about lifting and throwing. All right. I'll explain how lift and throw works. Let's go! Enemies won't always be within your attack range. That's just a reality. What should you do in that situation? I know. Just make a printy charge. You're too cruel to your printies. Tutorial. Lift and throw. You should use lift and throw to reach enemies that are far away or up high. Go ahead and give the lift command a try by lifting me up. Me lift up, Sir Killia? That's impossible. I've never held anything heavier than a slice of cake. Just do it. All men are my servants. Here I am. Oh, my. I was able to do it. All right. Now throw me toward the enemy. The number surrounded by the circle is the distance you can throw. It's four right now, but it depends on who's throwing. And that's it. Now the distance to the enemy is closer, and your attacks can reach them. Next, how to apply it. You can lift more than one character. You can lift multiple allies like this to form a tower. After that, you can throw them in order to travel farther distances. I see. If I throw the prinny next, then it'll go even further. That's right. But there are a few things you need to watch out for when lifting and throwing. One. If you end your turn while lifting an enemy, you'll take damage. Two. If you throw a prinny, for some odd reason, they explode. If you throw a prinny, it explodes? Madam Seraphina, you don't have to go out of your way to try it. Toss. Yeah. No! Dude. Oh, my. How delightful. I mean, very useful. Let's keep throwing prinny. Exploded prinny's are treated as though they were defeated. It looked like you enjoyed that. But don't do it too much. Killian, I understand lift and throw. You're a very useful dude. But monsters like us can perform the lift command. Dude, does that mean we don't have to have a future? Don't worry. Don't worry. Monsters have their own specialties. Tutorial. Montauce release thief. Instead of lift, monster have Montauce. Unlike throw the destination of a Montauce is set for you. You won't be able to hold the humanity up. So be careful. So, we get that Montauce all right. All done. I do some tossing, dude. Also, if you throw a unit on top of an ally monster, the monster will perform a receive. Receive, dude. When a receive happens, the monsters will bounce the unit in the direction it's facing, equal to its throwing range. Also, unlike throwing, receiving doesn't count as an action for the monster. By using this efficiency, you can throw a character really far. That's amazing. Seems like our future is looking bright, dude. However, prinny's who are tossed by Montauce will explode. Be careful. Mir gefällt das mit dem Explodieren. Wir sind das so ganz entspannt. Ey, Leute, das ist ja auf jeden Fall sympathisch. Das ist so lustig, man. So, also. Jetzt haben wir das hier gerade gesehen. Also, wenn ich jetzt hier hingehe. Oh, oder warte mal. Sorry, sorry. Zack. Ich kann jetzt hier. Ah, nee, prinny's kann man ja nicht werfen. Ich kann zum Beispiel Blueberry werfen. So, sie kann ich ja auch schmeißen. Okay, aber sie ist ja eine Fernkämpferin. Okay. Also, ich könnte jetzt hier. So, Kilian nehmen. Dann gehe ich mit ihm hin. Zack. Schmeiße ihn nicht auf den Kaktus. Ich dachte, das kommt oder sie schmeißt ihn jetzt vom Rand hier des Bildschirms. Das hätte ich ja zugedacht. So. Dann kann ich ihn lift machen. Und throw. Gut, dann schmeiße ich ihn hin. Zack. Gut. Gut. Als nächstes nehmen wir hier mal Fope. Ich muss mal kurz ihr Attackradius anschauen. Ihr seht ja, sie hat einen riesigen Attackradius hier. Äh, Attackradius hier. Das heißt, ich kann hier mit ihr hingehen. Zack. Dann nehmen wir mal. Oder wartet. Kann, ach so, jetzt kann ich nicht mehr mit ihr liften, oder? Aber ich kann doch noch mal angreifen. Ah, okay. Das ist blöd. Das wusste ich nicht. Ah, okay. Das ist doof. Ähm, gut. Okay. Okay, okay. Das hätte man eigentlich anders machen müssen, aber das ist jetzt auch schon zu spät. So. Also, ich kann jetzt hier liften. Zack. Bro, wo kann ich... Äh, okay. Ich kann sie da einschmeißen. Nein, das lohnt sich eigentlich gar nicht. So. Geh weg. So, nehmen wir mal Blue Boy. So, Blue Boy. Lift, zieh mal bitte. Ich möchte nochmal hier ein bisschen mit dem rumtesten. Also, okay. Der kann sie ja... Kann zum Beispiel jetzt auch nicht richtig weit hier werfen. Die, 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 die Blu-Win. Aber, okay. Das ist ja auch nochmal so ein Taste-Zone-Kleiner. Weil Kieler macht den hier mit einem Schuss... Äh, mit einem Schlag fertig. So. Aber wir tun mal hier den Rest unserer Charaktere rausholen. So. Die Frage ist, können die mich da oben angreifen? Das wäre nämlich gar nicht schön. Dann lasse ich trotzdem hier mal den lieber doch drinnen. Hole aber trotzdem noch Blue Boy. Weil... Blue Boy... Ja, kann eigentlich auch nicht so viel machen. So, ich kann sie jetzt liften und dann schmeißen, aber das lohnt sich eigentlich gar nicht. So. Haha, da steht ja direkt vor dir. Super. Nee, nee. Lassen wir das mal so. Gut. Äh, machen wir den kurz platt oder? Zack. Äh. Attack, zack. Und kann er von hier aus angreifen? Nicht, oder? Ja, schade. Lift, special, fire. Out of range? Oh, komm. Warte mal, dann muss ich hier nochmal ein bisschen was ändern. Move. Kann ich jetzt hier angreifen? So. Und wenn ich... Kann ich jetzt mit ihm... Kann ich jetzt aber nicht da hingehen? Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, warte. Okay. Ich muss mir mal ein bisschen hier mit dem Spiel testen, weil ich finde mich ja auch erst richtig rein. So, kann ich mit ihm jetzt hier hingehen und kann jetzt beide da angreifen. Das wäre halt wichtig für mich zu wissen. So, ich kann mit ihm angreifen und ich kann jetzt mal ein Special Fire... Ah, ich kann mir mit einem Special Fire da gar nicht hin. Ach, Blube, du bist ja nicht so gebrauchen. So. Was machen wir dann mit ihm? Kann ich sie... Ich kann sie damit angreifen. So, gibt es was, was wir verteidigen? Genau, sowas habe ich gebraucht. Dann tun wir auch mal hier noch den drausholen, den Prini und mal mit ihm auch verteidigen. So. Zack. So, execute. Kilian macht ja eben alle mit einem Schlag fertig, also ist ja eh wurscht. Zack. And turn. So. Obwohl. Kann ich jetzt noch weiter eigentlich mit denen? Geht nicht, oder? Achso, sie verteidigen. Ja, scheiße, sie verteidigen, ja. Das kann ich auch nicht rückgängig machen, oder? Doch, kann ich. So, das ist nämlich cool. Move. Theoretisch zumindest. So. Move. Okay, ich kann mit ihm auch nicht weitergehen. Na gut, dann stell dich denen und verteidige. Passt doch. Dann kannst du auch verteidigen. Und du auch verteidigen. Defend. Und dann melden wir hier auch den Zug. So. Ich weiß nicht, ob die uns von da oben angreifen können. Das ist halt nur das Einzige. Na gut, können sie nicht. So. Gut. Hier sieht es aber auch wirklich so aus, als müsste man mit dem Prini werfen. Anders scheint es hier nicht zu gehen. Dann. Bewegen wir uns mal da hin. So. Dann den Prini. Bewegen wir da hin. Bewegen uns hier hin. So. Dann machen wir jetzt erstmal hier. Mit ihr. Lift. Sorry, dude. So. Dann, throw. Schauen wir mal. Gut. Und da hin. Armour Prini ist down. Und dann gehen wir da hin. Gehen wir da hin. So. Zack. Werden wir wahrscheinlich von hier auch nicht angreifen können. So. Nur den blöden Kaktus kann ich angreifen. Aber. Ich kann jetzt hier sie ja liften zum Beispiel. Kann sie dann schmeißen. Achso. Damit kann man angreifen. Das ist ja cool. So. Und kann jetzt hier zum Beispiel Attack Man auf den. Sehr gut. Gut. Dann holen wir auch mal hier den Rest unserer Belegschaft nochmal raus. Move. Gehen wir mal hier hin. Zack. Verteidigen. Und. Aber ich habe genug Prinis geworfen. Ah, mit Prinis. Sie sind ja so putzig eigentlich. Aber. Naja. Bich gehabt. Bich gehabt. So. Äh. Execute. Uh. Counter. Nicht gut. Enter. Counter. Sehr geil. So. Ähm. Kann ich da eigentlich hochhüpfen einfach? Oder muss ich da irgendwie was cooles machen? Ne. Muss ich nicht. So. Kilian. Äh. Das ist aber auch nicht so gut. So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen hier das managen. So. Also. Wir gehen erstmal mit ihr da hin. So. Dann gehen wir mit ihr da hin. Kann da ganz entspannt hängen. So. Dann bewegen wir ihn hier hin. Und Kilian. Bewegen wir da hin. So. Dann liftest du ihn erstmal hier. Zack. Und schmeißt ihn am besten hier direkt gleich hoch. Hoch. So. Dann steht Kilian auch. Sollte jemand angegriffen werden. Steht der gerade vorne. Weil er hat eh am meisten Leben. Dann ist das okay. So. Zack. Ihr verteidigt euch. Ihr schön. Die brauchen immer so ewig lang bis sie weitergehen. So. Kann ich mit ihr noch einen Schritt vorgehen? Sehr geil. Äh. Aber ich komme nicht weiter. Das ist schade. Ja. Dann werde ich ihn angreifen. Mit ihr komme ich auch nicht weiter. Dann muss ich mich hier auch noch einen Schritt da hin bewegen. So. Attacken. Attackieren wir den hier auch. Und attackieren wir so. So. Zack. Execute. Gut. Down, down, down. End turn. So. Der wird jetzt wahrscheinlich herkommen. Hier der Boss. Nicht? Sehr cool. Dann werde ich den einfach hier aus der Entfernung alle machen. Wenn das möglich wäre. So. Attack. Ja, schade. Geht noch nicht. Move. Dann gehe ich noch einen Schritt vor. Ah. Um ein Feld. Wenn ich hier hingehe. Okay. Dann wäre es mir möglich. So. Weil ich muss ja. Ich muss jetzt schauen, wo ich sie hinstelle. So. Move. Sollte es mir auch möglich sein, anzugreifen. Sehr gut. Attack. Attack. So. Okay. Du gehst auch gleich mal vor und haust da mit voller Wucht drauf. Das ist zwar keine so gute Idee, in dem Endeffekt hier direkt frontal hinzustellen. Aber das ist ein Mensch mal schon. So. Zack. Ich habe hier meine Heilerin. Die mit drei Kammer durch die Gegend läuft. Gut. Ihr verteidigt wieder. Zack. Zack. Und du stellst ihn mal hin und wartest noch ein bisschen. Okay. Zack. Execute. Selfree Tribal Master learned. Looks like your weapon mastery level increased. Weapon mastery. Oh Leute. Wir müssen gleich de Papatzen. You earn weapon mastery experience for using weapon or taking damage. When your weapon mastery level increase, you can draw out more abilities with the weapon. You can also learn a weapon exclusive skill act to increase Okay Wenn ich der boschow besiegt Oh, hau mal sie auch glühe Kommt er nachher? Oh, ein Bogen schütze Okay Ich muss mal schauen, wie ich die Truhe öffnen kann Muss ich da irgendwie drauf drücken Ich hau da, warte mal Treasure, so, schieß mal auf den Schatz Und dann beenden hier unser Lieblingsduett Beendet das dann, zack Tag Und Kilian stellt sich auch noch vorne hin Na, warte, Kilian soll das beenden Er muss ja auch mal Erfahrung bekommen Zack Attack und zur Sicherheit machen wir dann noch mit ihr Attack, so, gut Execute, erstmal den Schatz aufmachen Sehr gut, Ottbaumus Bier Bam, Kilian Punch Triple skill lernen Und damit haben wir schon wieder sehr schön abgeschlossen Muss man sagen Am meisten Schaden, wer hat am meisten Schaden gemacht? Oh, Kilian, sehr cool Auf Platz 2 ist Serafina und auf Platz 3 Oh, babe Ist echt cool, hier ist Bogenschützer Skippt die Demo No Warum soll ich die Demo skippen? Keine Ahnung So Let me tell you something, brother This ain't over The Lost have taken everything from me But I still have my pride as an Overlord, dude Oi Logan The Throwing Overlord Shall exact my revenge against you someday, dude You better believe it Brother Looks like he was just one more victim of the lost That concludes the basics of battle You did well for your first time You should be just fine without me Alright, looks like this is goodbye No No, you are mine, Sir Kilian Wherever you go Even if you go to the ends of Celestia I shall follow you How do you figure? Your objective is to defeat Demon Emperor Void Dark, correct? My objective is to erase Void Dark And rupture the marriage of convenience that my father decided upon On his own Which means we are both in the same boat We both seek to defeat Void Dark No, it's more like we're husband and wife How did you jump to that conclusion? Well, maybe not husband and wife But we do share the same objective So don't you think it'd be more efficient to work together? I can't see how working with someone who has no fighting experience would be efficient I will make sure I never drag you down So please, Sir Kilian Let me stay by your side What you're saying and what you're doing are pretty contradictory, don't you think? Well, that's because I'm a demon Okay, Leute Damit haben wir hier erneut hier Dämonische Aktivitäten gemacht Haben hier den armen Urlaub besiegt Immer ein bisschen leid Aber egal Seraphine Sie ist irgendwie Sie ist richtig schön keck Anders kann man das gar nicht beschreiben Gut, Leute Beim nächsten Mal würde ich sagen Machen wir hier weiter mit das geile 5 Alliance of Vengeance Bis dahin Haut rein Euer MC Marfix Ciao Ciao